Wo viel Farbe ist, da ist auch oft schwarz-weiß und auch da bietet Photoshop natürlich eine Möglichkeit, euch zu helfen, die Bilder in schöne schwarz-weiß Bilder zu konvertieren. Und dazu gibt es eine Einstellungsebene, die heißt auch schwarz-weiß. Die klicken wir uns mal ins Bild rein und direkt sieht man, das Foto verwandelt sich hier eben in schwarz-weiß. Und auch hier sehen wir, haben wir wieder die Vorgaben, die wir uns natürlich auch abspeichern können, wenn wir selbst an den Reglern ja alles richtig eingestellt haben. Und wir können hier einen Farbton anklicken und können so aus dem Bild auch eine Art Färbung herauskitzeln. Ich werde das nochmal ausschalten. Auch hier können wir einen Automatik-Modus verwenden, der zugegebenermaßen nicht immer so sonderlich gut ist. Also ich bin eher ein Freund davon, dass man die Regler selbst einstellt. Und wie das Ganze jetzt funktioniert, ist einfach so, dass man, genau wie das auch in Lightroom der Fall ist, man hier sagen kann, okay, alles was im ursprünglichen Farbbild rot war, das möchte ich jetzt hier ein bisschen abdunkeln. Das betrifft dann hauptsächlich die Haut und die Lippen. Alles was gelb war, möchte ich ein bisschen aufhellen. Ja, das waren so ein bisschen die Haare. Und so kann ich alle Farben nochmal korrigieren. Das war eine Farbe hier oben an den Augenlidern. Und so kann ich hier mein Schwarz-Weiß-Bild eben auch was den Kontrast angeht variieren. Wenn man nicht mehr ganz genau weiß, wo irgendwas wie gefärbt war im Bild, dann kann man sich auch hier dieses Handsymbol nehmen und klickt dann einfach auf die Lippen, hält die Maustaste gedrückt und kann dann durch rechts und links fahren. Genau diese Farbe, die an dieser Stelle war, eben beeinflussen. Natürlich verändert man damit auch das Gesamtbild mit. Es dient eben nur dazu, die Farbe eben aufzunehmen und herauszufinden, welchen Regler man hier ändern müsste. So zum Beispiel. Und nochmal hier ein bisschen abdunkeln. Und so kann man das Bild in seiner Erscheinungsweise im Schwarz-Weiß-Look eben variieren.